hallo herzlich willkommen hier auf meinem kanal ihr seid heute bei den dampfbrüdern und ich möchte euch einfach mal ein liquid vorstellen dass mir persönlich am besten zurzeit schmeckt ist mein allday liquid ich zeige es euch jetzt mal das ist das mirellenknödel von flava smoke ja was soll ich dazu sagen ich habe mich gekauft in unserem damper laden hier in bad sobernheim viele grüße daran an den klaus sagt mir das empfohlen und das was drauf steht der gebrauch dieses produktes kann sehr verloggen sein das stimmt wirklich ich habe es gekauft habe es probiert und habe sofort verliebt geschmacklich erinnert es mich mehr immer an eine aprikosenmarmelade ich kann mich erinnern früher bei meiner oma sie hatte immer brot gemacht mit marmelade aprikosenmarmelade und davon kommen kindheit kindheitserinnerungen hoch und ja also man kann es wirklich nur empfehlen ja viele sagen ich schmecke den kuchen raus aber ehrlich gesagt kuchen schmecke ich da jetzt überhaupt nicht raus es ist für mich einfach nur eine frische aprikosen note drin ich versuche es noch mal stammt das zurzeit in einem aroma meise plus supreme v2 schmeckt mir persönlich am besten bei 85 watt ihr seht also ich bin noch nicht so lange dabei beim dampfen sage ich ganz ehrlich ist auch mein erstes video und ich hoffe dass es euch gefällt seit dritten oktober letzten jahres bin ich am dampfen ich war vor sehr starker raucher und mein arbeitskollege hat gesagt versucht doch einfach mal umzusteigen auf das e dampfen ich habe mich da immer schwer getan ich habe dann immer dual gedampft und geraucht sage ich habe immer zigarette und dampf zigarette und dampf ich konnte mich nie entscheiden aber seit dem dritten oktober ist meine frau sein geburtstag gewesen habe ich zu meiner frau versprochen heute ist die letzte zigarette die ich auch und seitdem bin ich erfolgreicher dampfer und ja ich habe schon mehrere leute sage ich mal umgebolt mein schwager auch sehr starker raucher den habe ich auch umgepolt auf das dampfen und ja wir waren letzte woche sogar in stuttgart auf der dampfermesse hat uns sehr gut gefallen ja wenn ihr meinen kanal abonnieren wollt dann verspreche ich euch die ersten 20 abonnenten bekommen ein geschenk von mir deswegen bis zum nächsten mal euer dampfer brüder